Ja, nein, 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 du siehst so bereit aus, Paul. Und du schaust mich an und ich falle in die Hose, du stehst mir mein Feuerzeug. Ich spüre deinen Atem, die leichte Minkose und ich bin zu allem bereit. Du rauchst Zigaretten, du sprichst Zauberworte, du spielst mit dem Feuerzeug. Ich spüre deinen Atem, ich bin nicht zu retten, ich bin zu allem bereit. Ich bin dir verfallen, mit Hand und Hand. Ich bin dir verfallen, ich bin in Gefahr. Ich bin dir verfallen, ich träume von dir. Ich bin in der Gefahr, gefangen von dir. Ich bin dir verfallen, ich bin dir verfallen, ich bin dir verfallen. Ich bin dir verfallen, ich bin dir verfallen, ich bin dir verfallen. Du rauchst Zigaretten, du sprichst sauberworte, du spielst mit dem Feuerzeug. Ich spüre deinen Atem, ich bin nicht zu retten, ich bin zu allem bereit. Ich bin dir verfallen, ich bin in der Gefahr. Ich bin dir verfallen, ich träume von dir. Ich bin in der Gefahr. Ich bin in der Gefahr, gefangen von dir. Ich bin dir verfallen, mit Hand und Hand. Ich bin in der Gefahr. Ich bin dir verfallen, ich bin dir verfallen, ich bin dir verfallen. Ich bin dir verfallen, ich bin dir verfallen. Ich wäre jetzt immer noch nicht behindert, was eigentlich gar nicht vorstellbar ist, der kann natürlich morgen ab und dann gleich zu Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse kommen und sich dann da noch so einen Einlauf holen. Das ist allerdings dann völlig anders, ist aber auch ein sehr tolles Stück und wir haben sehr lange daran gearbeitet und gestern war die Premiere und die war auch ganz toll und ich konnte praktisch so von Endorphin-Kick zu Endorphin-Kick durch das ganze Wochenende surfen. Genau, das mache ich morgen Abend dann auch noch und danach werde ich wahrscheinlich so kollabieren, aber deswegen lohnt es sich, morgen das noch anzuhören, bevor das dann passiert. Also dann, vielleicht sehen wir uns schon morgen Abend. Applaus Also okay, stehst du auch auf dem Parkplatz jetzt? Ja, ich komme mal zum Fugel. Das war Herr Stift, ja. Also nein, ich komme auf dem Fugel.